Wo willst du her mit mir? Weißt du, was jetzt alles vor uns liegt? In der Zeit der Veränderung tragen alle, alle dasselbe in ihrem Herzen. Gemeinsam schaffen wir alles, können unseren Weg jetzt finden, den es brauchen wird, wenn wir alle zueinander stehen. Können wir die Lösung für uns fänden, für uns fänden. Fänden wir den Weg, der uns zusammenführen wird. Komm und geh mit mir diesen Weg bis ans Ende dieser Welt. Komm und geh mit mir diesen Weg bis ans Ende dieser Welt. Komm und geh mit mir diesen Weg bis ans Ende dieser Welt. Komm und geh mit mir bis ans Ende dieser Welt. Komm und geh mit mir bis ans Ende unserer Welt. Komm und geh mit mir diesen Weg bis ans Ende dieser Welt. Mario Rudigier und Marco Adami. Einen schönen guten Morgen. Servus, Mario. Grüß dich. Richtig, richtig schönes Lied. Dein eigenes, selbst geschrieben? Selbst geschrieben, selbst komponiert. So wie auch der Rest der Musik, oder? Genau. Das machst du alles selber? Ja. Wobei du eigentlich hauptberuflich ganz was anderes machst. Ganz was anderes. Ich bin technischer Zeichner und genieße natürlich den Ausgleich der Musik. Das sind ja zwei komplett konträre Dinge wahrscheinlich, oder? Bei technischen Zeichnern geht es auf Mikrometer und da ist es Gefühl pur. Gefühl pur, ja, genau. Und das ist das, was man braucht zwischendurch, um einfach abschalten zu können. Du bist Vorarlberger, der auf Hochdeutsch singst. Nur auf Hochdeutsch oder auch was Englisches dabei? Englisch ist auch dabei und wir sind jetzt gerade dabei, die Lektion zu machen und fertigstellen und der wird dann eigentlich Anfang Jahre rauskommen. Sehr gut. Und du bleibst heute noch bei uns. Naja. Zweiter Titel ist geplant. Du bist, heißt er. Mario und Marco, willkommen und vielen Dank für euren Besuch. Dankeschön. Danke, vielen Dank.